Süß war es am Wochenende im westungarischen Städtchen Gjör. Bei den süßen Tagen wurde jede Menge Spezialitäten aufgefahren. Auf dem großen Marktplatz konnte man vom süßen Palinka über Schokospezialitäten bis hin zum süßen Wein alles probieren. Die süßen Tage gehören schon zum festen Eventkalender der Stadt und Naschkatzen von nah und fern reisen für die außergewöhnlichen Süßigkeiten an. Wenn dann noch das Wetter mitspielt, perfekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017